Jetzt brauchen wir noch ein Foto und zwar machen wir das Foto und jetzt kommt die Grastube. Du darfst das ziehen und der Ausdruck, der da draufsteht, so müssen wir dann gucken. 2014 war das Jahr der Selfies. Wir erinnern uns natürlich noch alle an das legendäre Oscar-Selfie von und mit Ellen DeGeneres. Und auch 2015 geht die Selfie-Mania weiter. Für unsere Promis haben wir uns aber was ganz Besonderes einfallen lassen, denn so normale Selfies kann ja irgendwie jeder und ist ja auch irgendwie ein bisschen boring. Also deswegen eine Dose mit ganz vielen Zettelchen, auf denen ganz verschiedene mögliche Selfie-Varianten draufstehen. Und welcher Promi was gezogen hat, seht ihr jetzt. Jetzt brauchen wir noch ein Foto und zwar machen wir das Foto und jetzt kommt die Grastube. Du darfst das ziehen und der Ausdruck, der da draufsteht, so müssen wir dann gucken. So, welchen hast du? Dies vor. Oh, ich hab mich umgesehen, wir sind die coolsten hier, Gesicht. Ich hab mich umgesehen, ich hab mich umgesehen, ich hab mich umgesehen, Mensch, wenn das nicht mal coole Selfies sind, oder? Mit welchem Promi würdet ihr denn gerne mal so ein richtig cooles und verrücktes Selfie machen? Wir sind gespannt, postet es einfach hier in die Kommentare und lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Alte Videos von uns findet ihr natürlich wie immer hier unten in der Playlist. Und das war's dann auch schon an dieser Stelle von uns. Ich sag tschüss und freu mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid.